Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst damit übel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gerne töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst! Äh, ja, willkommen zurück zu Vorkaustürer! Wie dich! Und nachdem hin können wir auch nicht zurück nach dieser Sache mit der Kuh! Kühe! Ja, Kühe! Oh, so wie Kühe! Wir haben schon mehrere Millionen Hits auf YouTube, klar? Ja, es war... Guck mal, wir... wir dachten nur, wollte bloß reden! Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde! Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet! Naja, zu viel könnte man sich jetzt hören! Ich wollte meine Wetten etwas Freude als erländer! Ich weiß nicht wie! Ich dagegen? Hab dir vertraut! Hab auf dich gesetzt, Freund! Sieh's dir an! Dann könnte ich euch nur Schatz alles erzählen, was ich eigentlich im letzten Part eigentlich schon erzählt habe! 60-40! 40-60? 30-70! Na gut, nimm einfach alles! Hast es dir verdient! Nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest! Oh, sehr beeindruckend! Ja, wie gesagt, ähm... Wir spielen hier Far Cry 4 und wir spielen hier nicht die erste Mission, auch nicht die zweite Mission, nicht die dritte, nicht die vierte, nicht die fünfte, nicht die fünfte! Ich hab auch deswegen aus dem Grund nicht von Anfang gefühlt, weil ich endlich mal auch mal ein Spiel spielen durchspielen wollte! Und äh... sonst komm ich gar nicht dazu! Von daher nur ein paar Videos von Far Cry 4! Nur das ist ne tolle Geschichte! Ja! Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin! Gib mir einfach die Kurzfassung! Fein Kurzfassung! Weißt, sonst komm ich einfach nicht dazu! Einfach mal ein Spiel durchspielen, wenn ich von jeder Mission ein scheiß Video mache oder so! Von daher erstmal nur noch! Ab und zu mal ein Bildschirm! Wir wurden nicht enttäuscht! Nö, nicht im geringsten! Es war ein netter, alter, äh, Guru, der uns die Glubsch-Augen öffnete! Genau! An dem Tag hatten wir ein Kräuter-Nirvana erreicht, wie noch niemals zuvor! Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt! Und dann erfuhren wir von Shangri-La! Shangri-La! Sozusagen der Geist des alten Kyrat! Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze! Kommt mit! Halt die Sprecher! Und weiter jetzt! Die Kurzfassung, ja? Gut, zurück zum Thema! Ähm... Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land dort ein paar Blüten probiert hätte! Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer, alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing! Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und im Ganz-Kürat verstreut! Doch, das war noch nicht das Ende! Der Alte verkaufte uns ne Karte! Ja! Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier! Richtig! Mit einer furchtartenden Tür! Ist unsere Mission! Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten, Pauppart! Und was wurde aus der Karte? Ich glaub, wir haben uns damit ne Tüte gedreht, aber keine Angst! Du findest die Höhle auch so, und wir machen den besten! Ja, genau! Unabhängig! Und die Fresse, alter! Die... Sieht aus wie Eke, alter! Ja! Jedenfalls die linke Fresse! So, jetzt kann ich ja erst mal erzählen, was ich eigentlich schon im... ...letzten Part erzählt habe, äh... ...die Ankunft des... Äh... ...Schützers! So, ähm... Da war halt ja mehr so ein Schleichding auf so ne Scheiße, ich denke, aber überhaupt nicht! Äh... Ähm... Ja, wir haben jetzt hier, äh... ...ein aktuelles Intro von Farquay 4... ...wird jetzt, äh... ...zu jedem Spiel, ob jetzt, äh... ...Farquay... ...oder... ...Assassin... ...oder... ...Sauvarium... ...gibts jetzt für jeden Game... ...gibts ein... ...bestimmtes... ...intro! Und nicht mehr so viel durcheinander! So! Ähm... ...als Grafikeinstellung... ...ja... ...benutzen wir hier, ähm... ...alle schön auf Ultra, aber... ...ja klar... ...ja... ...hier, bis zum Anschlag, hier... ...muss einfach sein! So! Dann würd' ich mal sagen... ...machen wir uns auf den Weg... ...ja... 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 ...wie sagt, ich bin jetzt, ähm... ...bei mehr Kraft unterwegs... ...haben jetzt aktuell... ...also jetzt mein Kanal... ...222 Abonnenten... ...nicht viel... ...aber immerhin... ...ja... ...und wie gesagt, hat sich eigentlich weiter, äh... ...nicht verändert... ...gab jetzt die Tagen... ...besser gesagt die Woche... ...nur die Zeit verbracht, Intros zu bauen... ...intro bauen... ...intro bauen... ...intro bauen... ...und nochmal... ...intro bauen... ...und noch ins... ...und noch ins... ...so... ...und hab ich halt meine Idee... ...mal halt, ähm... ...Mediagraph... ...Mediagraph-Forum, äh... ...gepostet... ...hab den Leuten da ein Angebot gemacht, äh... ...ja... ...wenn ihr ein paar Intros braucht... ...egal welches Spiel... ...ob jetzt ein Spiel von A... ...ein Spiel bis Z... ...egal... ...anschreiben... ...Wunsch-Tags... ...Auflösungen drin... ...intro fertig gemacht... ...und fertig... ...daddurch entstehen mehr Abonnenten... ...man lernt andere Leute kennen... ...und man wird halt... ...n bisschen respektiert... ...also ich kenne ja Leute die respektieren meine Arbeit... ...überhaupt nicht, sag ich mal... ...äh... ...leiten da irgendwelche Videos... ...die sich... ...nicht mal angucken... ...oder... ...wat weiß ich... ...sicht... ...damit überhaupt nicht ausgehen, sag ich mal... ...gut... ...gut... ...ok... ...ja... ...lasst doch die Leute... ...schreiben mir irgendwelchen... ...dummen Kommentare dahin... ...wissen aber gar nicht was im Video... ...vorkommt... ...äh... ...äh... ...das finde ich... ...für mich hallo... ...runtersau... ...ah... ...wenn wir jetzt hier mal ein bisschen... ...runter gehen... ...und mal hier irgendwo landen... ...nach landen wir einfach mal hier irgendwo im Busch... ...so... ...so... ...was schwimmen... ...oh... ...woller... ...naja... ...so ich sagen... ...1a Landung... ...so... ...ähh... ...irgendfach wollte ich sagen... ...aber er kann's veressen... ...ja... ...schönen guten mal eine Einstellung gucken... ...so... ...das läuft jetzt hier ein bisschen stabiler... ...kommt mal ein bisschen... ...die FPS... ...verändert... ...ähm... ...erst mal was anderes... ...hier ist erstmal dieser... ...Super... ...also die ich will... ...jedenfalls noch nicht kennen... ...ähm... ...is praktisch hier die Karte... ...von das Spiel... ...die orangenen Dinger hier sind zum Beispiel... ...Schnellreiser... ...also wenn du mal von A nach B... ...mal kommen willst... ...ähm... ...ja... ...pro Mission kriegst du dann so ne nannte... ...äh... 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 ...ein paar Sachen freischalten... ...äh... ...zum Beispiel... ...du erhältst ein zusätzlich Gesundheitsfeld... ...und... ...ja... ...und so weiter... ...äh... ...kann man hier halt auch dann halt nachlesen... ...was denn alt ist hier... ...ziele und schieße mit deiner... ...Seitenwaffe während du eine Leiche bewegst... ...und halt so ne Scheiße hier... ...ja... ...da seht ihr zum Beispiel, ähm... ...ein paar Mischboden... ...ein paar Tiere... ...wenn ihr die zum Beispiel umlegt... ...dan könnt ihr euch äh... ...sachen herstellen zum Beispiel... ...äh... ...hier... ...Waffengut... ...Guht... ...Beutetaschen... ...ehm... wenn ich jetzt arbeiten möchte, bräuchte ich 3x Parafell das war gar nicht was das denn hier ist, aber das werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwo sehen oder hier zum Beispiel Waffengut brauchst du zum Beispiel Zutaten 3x Honig Daxfell das war damals wie bei Far Cry 3 musste die Toyota da abmoksen dann nimmst du dann so ein Messer, schneidest du die auf und dann hast du so ein Stück Fleisch und dann kannst du hier deine Sachen herstellen ja, wie gewähnt habe ich Kapp nicht von Anfang an wie es immer von Far Cry 4 weil ich einfach mal ein Spiel durchspielen möchte wirklich von jeder Mission hatten wir machen möchte also wir finden jetzt hier Kapphandemission von 15 von 13 also sieht der Kapp schon ordentlich hinten drin gezogen hier ja, hier habt ihr halt praktisch die Beutetasche da sammelt man halt von Leichen oder von Missionsenden sammelt man hier halt irgendwas ein ja was das ist hier weiß ich noch nicht ich bin dann nicht hinterher gekommen ja und verlorne Briefe kannst du Briefe einsammeln kannst du lesen da drin steht und hier ein Tagebuch ja und hier steht dann alles nochmal wie alles was wo wie was funktioniert ja wenn man schon jahrelang Ego Shooter spielt wie Ecker man die sind Quatsch nicht da wissen wir schon wie das funktioniert so genug gelabert hier maul stoppen und weiter geht's ja ja aber die greifen wir mal nicht an oder greifen wir die an ähm brauchen wir denn hier unten Nashorn scheiß Wildschwein Sammerfell Panzer Nashorn Haut bräuchten wir vier Stück hm ist aber schwierig den Panzer äh Nashorn umzulegen ähm und ob das ehens ist äh wütig erstmal gar nicht dann ja ne machen wir nicht das machen wir dann wenn wir rauskommen also man kann auch praktisch auf Elefanten reiten ob man auch hier auf so einen Nashorn reiten kann ich guck nicht weil das hat doch wahrscheinlich schlechte Laune das Vieh na man kann nicht schön Leichen plündern und tun gehen wir da nicht zum Sack wenn ich hier was erkläre dann 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 und dann 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 du